Ihr neues Büro im Herzen von Moskau. In bester Business-Lage an der Moskwa direkt gegenüber von Moskau City. Zehn Autominuten zu wichtigen Ministerien, Regierung und Expozentrum. Attraktives Flussufer mit Restaurants, Yachthafen und Flusstaxi zu Moskau City und Kiewer Bahnhof. Dynamische Entwicklung. Nutzen Sie die Synergien mit Russlands größtem ausländischen Wirtschaftsverband unter einem Dach zu arbeiten, der Deutsch-Russischen Auslandshandelskammer. Hochmoderne Konferenzräume für bis zu 120 Personen, teilbar in vier kleinere Besprechungsräume. Multimediatechnik für komplexe Hybridveranstaltungen, betreut von unserem IT- Spezialisten und unserem Videoingenieur. Kundenakquise durch Zugang zu mehr als 1.000 deutschen und russischen Mitgliedern der Kammer. Schallisolierte helle Glaskabinen für Einzelarbeit. Hochwertige und ergonomische Designermöbel von deutschen und italienischen Herstellern, die so bequem sind, dass ihre Kunden und Partner noch öfter zu ihnen kommen werden. Shopping Mall mit mehr als 50 Geschäften Supermarkt-Fitnessstudio mit Schwimmbad, sodass ihre Mitarbeiter ihre Alltagsbesorgung minutenschnell vom Büro aus erledigen können. Mehr als ein Dutzend Restaurants und Cafés mit direktem Zugang aus dem Büro, ohne bei Sturm- und Eisesgelde nass zu werden oder zu frieren. 550 Tiefgaragenparkplätze, exklusive Parkplätze für Sie. Zusammenarbeit mit unseren Rechts-, Finanz- und Marktspezialisten. Unser Team ist positiv, krisenerprobt, beratungsstark und verlässlich. Wir sehen Sie und Ihr Unternehmen nicht in erster Linie als Mieter, sondern als Partner.